Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute GTA Online Missionen mit Kamil. Und ja, ich glaube, ich werde mehrere Videos machen, weil das sind halt ein bisschen viele Missionen. Deswegen. Ja. Ja, besser so. Okay. Was? Mach. Ja, aber diese Drohnen zu töten, das ist auch einfach. Achso. Hä, wo kann man das einstellen? Achso. Ja. Äh. Äh. Achso stimmt, ich hab die auch vergessen hochzuladen. Bei mir kommen dann auch noch ein paar Videos. Leute, diese Drohnen, die schießen erst gar nicht. Hä? Die fliegt einfach weg, die dumme. Die schießen erst gar nicht. Ja, und dann auf einmal, die sind voll stark die Drohnen. Abo. 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 das ist Waffe, nehme ich mit. Ja, bei mir auch. Das sind, äh. Das sind, äh, Dinge. Das sind Paypal-Waffen. Ja. Ja. und die haben ein bisschen zu viel Ketchup gegessen, das kommt dann auch. Ja. Ich komm. Aber ich bin fertig. Oh. Ja, ich bin nicht der beste Fahrer, hab ich grad gemerkt. Äh, YouTube, diese Schüsse, diese Schüsse bei mir sind Dings, äh, nix Schlimmes. Wir haben mich bisschen rot angemalt. Leute? Ah, au. Ja, äh, genau. Genau, wo ich da bin, hast du's gefunden. Sehr geil. Nee, lass mal. Ja, ich fahr schon mal, schon mal zu dem Zug. Ja. Guck. Da müssen wir ja den Zug klauen. Ja. Und ich hab da ein FIFA 23 Video geguckt. Ja. 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 Und ich schieß dir dann ein Klappen. nicht, ja, ich lag, ich jag dein Motorrad in die Luft. Warte mal. Hast du die Explosion gehört? Das war mein Granatenwerfer. Ach so, nein. so, nein. Das war mein Granatenwerker. Huuuuii. so, nein. also her, ich hab mich in die Luft gespügt. Also, ich hab mich in die Luft gespügt. Ja, ich hab mich in die Luft gespügt. ja merke ich und ich bin gerade bisschen hoch geflogen leute ich bin der beste fahrer deswegen man gutes motorrad nee habe ich fahrzug warum kannst du helft mir doch einfach ganz kannst du nicht mal schießen oder was ja also ja und wenn ich den abschieße kommt ja auch nur ketchup habe ich gelo der hat so der grad sehr viele paintball pelle abbekommen wer er verkennt der dieser bush kennt der verkämmt sich ja keine ahnung einfach auf zug drauf ich fahr jetzt los wo der ach so der ist doch der war da oben nein das hat sich so angefühlt aber der war oben ja ich gehe bist du drauf der zug ist übelst langsam ich weiß keine festgleich runter jetzt musst du zuschauen nein aber du musst jetzt zugucken was kam ich muss mich hier ich muss mich hier ich muss mich hier ja mache ich ja ganze zeit die wollen doch sterben einfach mal zu fahren auf entspannt oder das sind aber viele mexikaner nein das ist italien gp ich bin low ja bei dir bei kam ihr könnt ihr auch aber bei mir guckt fast eh keiner die videos also kam hier du liegst hier du liegst bei mir da guck doch du jetzt nicht mehr du lagst da grad warum bekommst du geld okay leute das war's mit dem video die nächste mission kommt im nächsten video ciao 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 ciao